so halli hallöchen herzlich willkommen hier ist wieder xelbot hier wir spielen corekeeper und wir sind in azeos gebiet wir haben gerade ostern und ich habe den finde den boss buff nicht mehr so dass ich weiß aber wo der boss ist und zwar ist der boss hier in diesem areal das ich inzwischen komplett mit spikes voll geballert habe hier ist noch ein kristall die kristalle werden wir tot machen die kristalle sorgen dafür dass der boss heilen kann ich habe aus dem osterevent haben wir diese ostereier gesammelt aus dem rosanen gebiet aus dem grauen gebiet aus dem braunen gebiet aus dem grünen gebiet das sind die gebiete das braune gebiet ist das im zentrum dann haben wir das rosane gebiet auf der einen seite das blau auf der anderen und dann haben das grüne wildnisgebiet und wenn man hier überall jede menge gegner tötet dann bekommt man eier und aus diesen eiern kann man sich ein goldenes ei basteln und dieses große goldene ei kann man genauso wie ac aus landschweine glimmer im objekt kann man das goldene ei hinlegen was wir jetzt tun und dann werde ich mir hier noch ein paar boss buffs gönnen so und dann werden wir jetzt an den boss rumhacken so die hacke soll dafür sorgen dass der boss sich oh shit nein oh scheibenkleister das ist mir auch noch nicht passiert ok das ist neu das ist mir noch nicht passiert ich habe mich gerade selbst gekillt weil ich zu selbstsicher war ich habe mich einfach in die blauen strahlen gestellt das war dumm ich habe auch noch die falsche rüstung an die richtige rüstung mit voll blöd ich habe die bodel rüstung an und nicht die kämpfen rüstung das war richtig krass dumm gerade ich hoffe der gegner ist jetzt noch da jetzt habe ich das goldene ei umsonst verballert ja vielleicht sollte ich mir einen wohnraum gönnen in der nähe damit wir direkt dann in der nähe wieder spawnen können am boss sehr vielleicht eine gute idee ich dusse jetzt schnellstmöglich hin und guck mal ob wir das problem jetzt hier gleich lösen können ist er noch da ne alles ist weg ok und mein zeug ist weg oder was ne warte mal wo ist denn mein zeug da ist mein zeug ok also ich würde erstmal die rüstung anziehen das ist mal so grob entscheidend die mold rüstung ist egal na gut das osterei ist jetzt weg das kann ich jetzt eh nicht mehr ändern mich ges majority doch warte 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 hohle wacke mohle ich brauche eine heilung hallo also ich habe die hacke mit der man 75% weniger heilung bekommt und damit sollte ich ihn erledigt haben und muss jetzt selber noch überleben jawohl ok ich habe jetzt was habe ich denn jetzt bekommen hier azios necklace life pro schlag mining damage nice die kiste ich sollte mal die dinge kaputt machen warte mal spikies das schmeißt halt hier hin ok bin ich jetzt einmal gestorben das war unangenehm ist auch meine rüstung ist auch kaputt gegangen das lief ja mal mega schlecht rüstung kaputt tot gegangen völlig überschätzt goldene artyos ei geballert so das andere kann ich jetzt nicht inzwischen ganz schön viele kristallischen auch gebaut das kriege ich jetzt noch nicht tot da kümmern wir uns aber noch drum ok dann würde ich sagen lassen wir jetzt mal azios in ruhe kümmern wir uns nochmal um die hive mother gucken wir da noch was gutes finden ich bin tatsächlich zufrieden mit dem schmuck also ich habe hier die necklace mehr schaden pro hit und mining damage das sollte ziemlich geil sein das gönnen wir uns bin ich zufrieden und ich würde jetzt nochmal zur hive mother kurz rüber düsen da haben wir auch noch ein zwei boss idols uns gekauft die würde ich gerne noch verbrauchen das rechts geht jetzt ein weg ab danach geht es links zur hive mother rechts kommt jetzt ein weg und dann geht es hier noch nicht ich bin weiter jetzt und dann geht es hier zur hive mother da kommen wir jetzt gleich ins larvengebiet und ins säuregebiet boom schakalaka boom jawoll so dann würde ich mal ganz rund disponieren ich nehme das schwer in die hand ich würde jetzt einfach dem mold verzichten und wir gehen direkt ran oder was ne also ich glaube dass wir ich mach mal kurz heilung rein ich glaube hier brauchen wir keinen großen hive mother konnte ich eigentlich so ziemlich geil machen das war ne zeitfrage ich musste nur den dingern ausweichen und dann haben wir es direkt hive mommy direkt besiegt die schaufeln brauche ich ganz kurz für die säure es gibt hier halt auch nichts gutes ne was ich mir einsacken kann ich hab da noch ein paar halfmars so halfmars vielleicht finden wir ja noch was geiles das geile an dem runenschwert ist es geht nicht kaputt ich muss mal kurz was reparieren sehe ich und zwar mein helm ist kaputt dann schmeißen wir mal das weg nehmen wir die säure mit was sagt die kiste die kiste sagt wieder nichts besonderes nur krempel zum hive mother ich habe noch ein bisschen mitgebracht okay so wir packen die säure ein immerhin ein Kloffring, den ich jetzt gerade nicht einsacken kann warte mal, da packen wir was anderes raus, dafür schmeißen wir raus hier so einen Holzsamen dann wenden wir den Kloffring mit, besser als nix so, gönnen wir uns nochmal so, Säure, 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 weg ja die Hivemasse ist tatsächlich, ah Kloffring, sehr nice ok, wir schmeißen den jetzt raus, dann schmeißen wir weg die Kapox haben, das schmeißen wir weg die Totenstingendste nice ok, so zwei haben wir noch, würde ich noch verballern so, immer wenn er Säure-Dinges macht, dann renne ich halt mal Leder beiseite so, die Säure sammeln wir natürlich ein, für meine Säure-Farm, die ich immer noch nicht gebaut habe übrigens weil alle anderen Farben bis jetzt immer geiler waren die Säure-Farm ist eigentlich auch ziemlich cool ok, so sammeln wir ein, das Ding brauchen wir nicht ähm ja, nee, ist egal komm, einen haben wir noch dann gibt mir die komische Knifte da dann gibt mir die komische Knifte da so, das war es auch schon wieder also, was lernen wir, es gibt nichts geiles es gibt diese Larvenklawatten, die haben wir ja schon es gibt die Larven Schmuckteile und ansonsten gibt es eigentlich nichts tolles so, was schmeißen wir jetzt raus also, ich habe ja momentan gerade die ganzen Eier dabei wir könnten das hier raushauen das bringt uns ein Teil das könnten wir raushauen bringt uns das das kann raus die blauen Kristalle könnten raus so, die anderen Dinge sind uninteressant so, das müssen wir einfach später noch mal holen ich könnte mir ja auch einfach ein paar Kisten hinstellen aber ich bin grad zu faul so, okay gut so, was lernen wir Osterei ist weg wenn wir Azios nicht besiegen mit dem Osterei dann gibt es auch kein Loot aber wir können wir können Azios direkt danach also nach dem Oster Azios Titanen können wir den normalen Azios direkt nochmal neu rufen also das geht ganz offensichtlich und weil ich jetzt nicht so viel Eier dabei hatte haben wir jetzt einfach noch mal ein paar mal die Hive Mother gemacht was auch okay ist kann ich mit leben wir haben jede Menge Schmuck den wir äh ich werde jetzt nochmal auf Mining gehen Mining, Mining dann baller ich den rein für Mining wir lassen mal das hier wir lassen das hier wir lassen das hier wir lassen, ne den brauche ich noch das lassen wir hier die Klopfringe das sind die live pro Schlag die sind gar nicht so blöd ne, also man ja gut drei Leben pro Schlag was ist da, ne aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht so da haben wir noch ein paar Waffen gefunden die wir tatsächlich alle nicht brauchen niemand braucht diese Waffen so die Wraps gehen wieder hier rüber die Käse Dinge auch so die Wraps gehen wieder hier rüber schmuck grösel ging es wir müssen aber den Larvenboss müssen wir auch nochmal machen also den, den dicken woher war denn das hier woher war denn das hier da rein den Schmuck brauche ich noch hier habe ich noch Essen hier habe ich noch Essen ich bin noch ein bisschen unsortiert gerade wir nehmen mal das Larvenmeat da können wir noch mal 200 anderes Essen draus basteln ich habe hier noch ich habe hier noch das Steakfleisch hier ok so primär haben wir wieder ein paar Bosse gekillt alles gut kann ich gut mit leben das hauen wir hier rein dann müssen wir noch Edelmetalle wegräumen das hier hilft übrigens nicht gegen die Schleim das ist nicht funktional muss ich nochmal klar stellen ok ok gut also osterntechnisch sind wir mit durch glaube ich wir haben wir haben alle Sachen die man Ostern kriegen kann haben wir bekommen beim letzten mal ich könnte jetzt noch ein goldenes Osterei machen wir könnten noch mal das Azios teil machen aber wir haben wir haben die Öhrchen gekriegt wir haben die Halskette gekriegt wir haben die Ringe gekriegt wir haben eigentlich alles bekommen und wir haben jetzt den übrigens ne der noch mal Mining damage macht was mir sehr gut gefällt wir brauchen eigentlich noch den Ring hier ich weiß gar nicht warum ich den was habe ich wegen Gold Dungeon wir haben jetzt 319 Mining damage ne das ist schon geil wenn ich das jetzt wechsel auf die Hacke wir kommen da nochmal rein dann bin ich bei 655 Mining damage das ist schon krass gut ja da kann man schon mal sagen das läuft bei uns ne ok right schauen wir mal wo das Ostern Event noch hinführt ich denke das war es so grob einfach die werden einfach ein paar Eier reingeballert haben und gut ist nichtsdestotrotz wir haben dann die Items hier mit dem bunny hat und so weiter und mit dem sky ring den haben wir auch gekriegt medle damage extra das ist schon ok ein paar klopf rings haben wir noch willkommen das kommt da hin ok gut dann sag ich mal vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin jury bye bye ich muss unbedingt meinen Stuhl entknatschen kurze runde die ich machen bis bald oder bis bald bis bald S kam